So, ja, hier das Haus, das neu, ja, und Daniel haben hier übernachtet, ja. Wir haben die beiden vom Flughafen gestern abgeholt und dann, wir haben hier drei und halbe Stunde gefahren. Und hier ist Sungnen, ja, Sungnen ist eine kleine Stadt, liegt außerhalb Korat. Ja, heute, wir fahren nach Surin, ja, 250 Kilometer und, ja, dauert circa drei Stunden, ja. Sungnen ist eine alte Stadt, ja, der alte Kamei-Kultur, ja, der Tempel ist über 1000 Jahre alt, ja. Und der andere bekannte Kamei-Tempel, ja, nennt man Pimai, ja. Pimai und Penomrung, ja, unterwegs nach Buriram Surin. Das ist auch ein berühmter Kamei-Tempel, wie in Angkor Wat, in Kambodscha, ja. Hier ist Bananen, hier ist Mr. Rin, ja, Sakai. Oh, hi, good morning, welcome to the Sungnen. Ja, Rin spricht gut Englisch, weil er war in den USA gelebt, ja. Ja, und er war der Koch im Restaurant in Las Vegas, ja. Und jetzt, er ist glücklich, dass er ist wieder hier, ja, wieder zurück zum Seine Hamad. Ja, wenn ihr hier die Touren mit uns machen, ja, dann kann man hier Kokos mit Mr. Rin lernen und natürlich auch Essen in seinem Restaurant, ist in der Nähe hier, ja. Ja, das Haus ist sehr schön, ja. Ja, das Haus ist sehr schön, ja. Ja.